Das Thema der Variantenanlage müssen wir vom Start weg unterteilen in den Bereich der Vendoren und in den Bereich der Seller. Die Vendoren haben schlicht und ergreifend einen deutlichen Vorteil. Es gibt am Ende für die Vendoren genau zwei Ansätze, Varianten anzulegen und sie müssen dafür nichts anderes tun, als eins der beiden Templates zu benutzen, die es im Vendor Central dafür gibt. Eins ist dieses und dann gibt es noch ein anderes. Das Ziel hinter diesem Ansatz ist tatsächlich sehr, sehr einfach. Über die Farbzusammenhänge bzw. die Reihung von oben nach unten bis zum nächsten P setzt schlicht die Variante. In dem Bereich wird einfach nur P für Parent und C für Child eingetragen. Keine übergeordneten oder untergeordneten Sachen sind notwendig. Die Asins werden eingetragen. Das Feld Parent bleibt leer. Die Parent Asin ist in dem Moment noch nicht bekannt bei der Anlage. Und man setzt einen Titel, den kann man dann beliebig setzen, auch Klammern hier mit dem Upload direkt noch die Child-Titel ändern, wenn man das möchte. Und die Kernunterscheidungsmerkmale, in dem Fall hier Size, muss man nicht explizit vorher auswählen, sondern es gibt im Wesentlichen Vorgaben mit dem Sheets und was nicht da ist, kann man über den Bereich Zelle einfügen, sich dann einfach dazu machen. Dann trägt man die Abmaße ein, gibt seine Daten ein, muss seine Vorgaben Vendor-Name, Vendor-Code eintragen, macht das in Ruhe, füllt das alles aus und sendet das ab. Möchte man noch mehr Varianten anlegen, nimmt man das Flat-File und füllt es einfach weiter aus. Ihr seht, das ist alles überhaupt kein Problem. Kombinationen wie Size, Color, Size & Color, auch Style und ähnliches sind ohne weiteres möglich. Natürlich, das ist alles mehr, muss man nicht machen als Vendor. Andere Pflegeansätze sind nicht notwendig. Die zweite Variante ist die US-Template-Variante, die das Ganze noch etwas mehr reduziert, da sie das Thema Parent Asens komplett rausnimmt. Hier sehen wir als Beispiel eine Variante von Weiß und Dunkelbraun. Über den Part Variation Group werden Varianten voneinander getrennt. Das heißt, wir haben hier nicht eine große Variante, sondern wir sehen drei verschiedene Varianten, die zum Beispiel nach Farbe, Farbe und Größe oder einfach nur nach Verpackungstyp getrennt werden. Die Zeile Parent existiert gar nicht. Und da muss man natürlich sagen, da haben die Vendoren einen Riesenvorteil. Es ist super einfach, das zu pflegen, zu speichern. Es gibt keine weiteren zu pflegenden Bereiche. Hier wird sogar auch der Titel komplett rausgenommen. Und da muss man schon sagen, da haben die Vendoren wirklich überhaupt keine Sorgen. Auch beim nachträglichen Änderungen oder Hinzufügen von Varianten ist es überhaupt kein Problem, eine weitere Zeile zuzufügen, es hochzuladen oder den Upload aus dem Flat File zum Beispiel hier jetzt da zwei rauszunehmen und das wieder hochzuladen. Denn die zwei werden automatisch rausgenommen. Man muss keine Eingaben wie Update, Delete oder Partial Upload oder Ähnliches vornehmen. Das sind die Varianten bei Vendoren. Wir fassen zusammen. Ein Parent, so muss man gar nicht erstellen. Man muss quasi nur in der Zeile, je nach Flat File, etwas eintragen oder eben sogar nicht. Man nimmt die Variation Themes, nimmt eigene, gibt dann an, welches man haben will, im Englischen. Oder man füllt genau spezifisch aus wie in dem Norm Template und dann nur noch den Vendor Code eingeben und dann funktioniert das. Der Vendor Code ist deswegen wichtig, damit der Vendor nicht willkürlich irgendwelche Produkte anderer Seller mit in die Variante reinnehmen kann. Also Asens, die dir nicht gehören oder die du nicht im wahren Bestand hast als Vendor, kannst du dann auch nicht immer so einfach mit in deine eigene Variante nehmen, nur weil du das gerne hättest. So, das soll es gewesen sein. Bei den Vendoren Varianten anlegen, total einfach zwei Templates ausfüllen, als Fall hochschicken und das war's.